Hallo Freunde! Heute tauchen wir in etwas wirklich einzigartiges und innovatives ein, den brandneuen Wohnmobiltruck von Dacia. Dieses Fahrzeug ist nicht nur ein Truck, sondern ein Lebensstil auf Rädern, der Funktionalität, Abenteuer und Innovation vereint. Lassen Sie uns das unglaubliche Design und die Funktionen des FA erkunden, beginnend mit der Front. Der Wohnmobiltruck von Dacia besticht durch einen kühnen und aggressiven Kühlergrill, der sofort die Aufmerksamkeit aus seine schlanken und modernen Hauptscheinwerfer lenkt, die nicht nur für hervorragende Sicht sorgen, sondern auch der Gesamtästhetik eine futuristische Note verleihen. Die geformte Motorhaube und die aerodynamischen Linien verstärken seine robuste und dennoch elegante Ausstrahlung und machen deutlich, dass dieses Fahrzeug für Arbeit und Freizeit konzipiert ist. Treten Sie ein und entdecken Sie im Innenraum Funktionalität und Komfort. Die Kabine vorne ist auf den Fahrer ausgerichtet und verfügt über ein digitales Kombi-Instrument und ein Infotainment-System mit Touchscreen, das nahtlose Konnektivität bietet. Hochwertige Materialien und großzügige ergonomische Sitze von Legro gewährleisten eine bequeme Fahrt, auch bei seitlicher Bewegung des Longjo-Journey. Die Proportionen sind perfekt ausgewogen und die erhöhte Haltung weist aus seiner Geländegängigkeit hin. Große Geländeräder und ausgestellte Kotfügel sorgen für robusten Schaum, während ein schlankes Profil für anspruchsvolles Aussehen sorgt. Dies ist nicht nur ein Truck für den Job, dieser Standort wurde für epische Roadtrips gemacht. Offroad-Abenteuer und alles dazwischen und darum herum wird auf der Rückseite des Dacia Wohnmobils wirklich zum Leben erweckt. Der hintere Bereich integriert nahtlos die Einrichtung des Wohnmobils, komplett mit einem kompakten und dennoch funktionalen Wohnbereich. Das Design-Team hat der Raumeffizienz höchste Priorität eingeräumt und ein Klappbett, eine Küchenzeile und Staufächer eingebaut, die jeden Zentimeter optimal nutzen. Die hinteren Türen verfügen über ein einzigartiges Klappdesign, das auch als Tisch im Freien verwendet werden kann, perfekt zum Campen oder zum Genießen einer schönen Mahlzeit im Wohnmobilbereich. Die Innenarchitekten haben hervorragende Arbeit geleistet. Der kompakte Raum verfügt über modulare Möbel, die sich ihren Bedürfnissen anpassen, egal ob sie kochen, entspannen oder tief und fest schlafen. Clevere Aufbewahrungslösungen in jeder Ecke sorgen dafür, dass sie genügend Platz für ihre wichtigsten Dinge haben. Sogar die Beleuchtung wurde sorgfältig mit verstellbaren Kabeln entworfen, wodurch aus einer Perspektive eine gemütliche Atmosphäre entsteht. Die Leistung des Dacia Wohnmobils ist nicht zu unterschätzen. Es wird von einem leistungsstarken und dennoch effizienten Motor angetrieben, der sicherstellt, dass sie über genügend Drehmoment verfügen, um schwieriges Gelände zu bewältigen, während gleichzeitig ein anständiger Kraftstoffverbrauch gewährleistet ist. Dies wird durch eine ausgeklübelte Federung und ein intelligentes Allradsystem ergänzt. Dieser Truck ist für jedes Abenteuer bereit, das sie erwartet. Egal, ob sie ein Wochenendentdecker oder jemand sind, der ein nomadisches Leben führen möchte, das Dacia Wohnmobil ist ein Gemschaner. Seine Mischung aus Funktionalität, Innovation und Stil macht ihn zu einem herausragenden Fahrzeug in der Welt der Abenteuerfahrzeuge. Das Dacia Wohnmobil ist ein Gemschaner. Dacia Wohnmobil ist ein Gems Honorολ-Ens importa pseudiges Bildung, tackle einem Gemsaner, falsarts 으 STUD ski sim zu einem Wakten zirio. Seine Mischung aus Funktionalität, Bis zum nächsten Mal.